Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video-Update. Heute geht es um drei Dinge, nämlich um meine neuen Bücher, um Audible und um Podcasts. Ja, hallo und herzlich willkommen in diesem Video-Update. Ich habe es im Intro schon ein wenig erwähnt. Heute geht es um meine Bücher. Das ist der erste Punkt. Und zwar, wie du an diese Bücher kommen kannst. Mein Evernote-Buch, weißt du ja schon, das herausgekommen ist. Das gibt es jetzt auch in Taschenbuch-Version um 9,99 und als Kindle-Version um 4,99. Und dieses Evernote-Buch kannst du gewinnen. Oder du bist Fußballtrainer. Dann vielleicht auch interessant mein Freistoß-Trix-Buch. Auch das ist soeben erschienen und noch gar nicht beworben. Deswegen hat es auch noch keine Bewertungen. Wenn du Fußballtrainer bist, kannst du dir auch dieses Buch aussuchen. Nämlich geht es um ein kleines Gewinnspiel. Und dieses Gewinnspiel bringt uns gleich zum nächsten Thema, nämlich zum Thema Podcasts. Ich bekomme immer wieder Fragen, Domi, auf deiner Homepage. Du hast Podcasts. Wie kann ich dich hören außer auf deiner Homepage? Das ist relativ einfach. Wenn du iTunes hast, dann einfach hier bei iTunes im Store, im iTunes Store hier auf Podcasts klicken. Und wenn du dann hier auf Podcasts bist, dann einfach hier, neu und beachtenswert ist er sogar momentan zu finden, also dritter Platz. Dann kannst du hier auf effizienter lernen, arbeiten und leben gehen. Und dann kannst du hier meinen Podcast abonnieren. Wie kannst du jetzt die Bücher gewinnen? Auch ganz einfach, indem du hier eine Bewertung oder eine Rezession hinterlässt. Rezension hinterlässt. Das Ganze kannst du noch machen bis zum 1. Oktober. Und alle, die dann hier eine Rezension über meinen Podcast gemacht haben, unter denen verlose ich dann drei Bücher. Also, recht interessant. Jetzt habe ich dir erklärt, wenn du hier auf Abonnieren klickst, dann bekommst du immer die neuesten Updates. Also jedes Mal, wenn ich einen neuen Podcast online stelle, das ist bei mir jeden Samstag, dann bekommst du das automatisch. So, jetzt die Frage, die ich auch immer wieder gestellt bekomme, wie bekommst du das aufs Handy? Das ist ganz einfach. Wenn du ein Android-Handy hast, wie ich eins habe, ich habe ein Samsung-Handy, dann musst du ein App downloaden. Ich persönlich verwende Pocket Casts, heißt meine App. Ich werde das alles unterhalb des Videos natürlich verlinken. Wenn du ein iPhone hast, dann kannst du das ganz einfach mit iTunes machen auf deinem iPhone und kannst dir dort diese Podcasts anhören. Ist also relativ einfach zu gestalten und relativ einfach zu lernen. Wie gesagt, ich habe viele Podcasts abonniert. Im Moment, glaube ich, sind es acht oder neun, die ich regelmäßig höre. Und die sind wirklich alle sehr, sehr spannend. Und ich denke, man kann von Podcasts wirklich sehr, sehr viel lernen. Zweite Frage, die ich immer wieder bekomme von vielen Lesern meines Blogs ist, wie funktioniert das mit Audible? Wie funktioniert das mit Hörbüchern? Auch das ist ganz einfach. Erstens einmal, Audible ist ein Unternehmen von Amazon. Und du kannst, wenn du dich bei Audible, du musst dich dafür extra anmelden, kannst das aber mit deinem Amazon-Account verbinden, mehr oder weniger. Wenn du dich bei Audible anmeldest, dann kannst du für 9,95 im Monat, ich müsste jetzt lügen, ich werde es unterhalb des Videos noch einmal online stellen. Also wenn du auf diesen Link klickst, dann kommst du zu diesen Angeboten. Für 9,95 im Monat kannst du dir eines dieser Hörbücher hier aussuchen und bekommst dann noch zusätzlich, ich glaube, einen 25 Euro Amazon-Gutschein gibt es dazu. Also im Prinzip kostet dich das für die ersten drei Monate 5 Euro, das Ganze. Und dann bist du hier bei Audible dabei. Ich höre Hörbücher sehr, sehr gerne, meistens im Auto und das auch wieder übers Handy. Also du hast, egal ob du ein Android-Handy hast oder ein iPhone hast, ich glaube auch bei Nokia und dergleichen gibt es Ähnliches. Also auch da kannst du das hören. Da ladest du dir einfach das Audible-App hinunter und schon kannst du das hören. Das Coole daran ist, wenn du dir das herunterlädst und wenn du dann am Handy hörst oder am Computer hörst, du kannst dort sogenannte Lesezeichen vergeben. Und diese Lesezeichen bleiben immer stehen, das heißt, du kannst dann am Computer fortsetzen, wo du am Handy aufgehört hast oder am Tablet-PC oder wo auch immer, was du gerade zur Hand hast. Aber wie gesagt, ich stecke das Handy meistens an meinem Autoradio an. Das geht bei den modernen Autoradios über diesen Stecker, über diesen Mikrofonstecker hier oben und dann kannst du jederzeit bei der Autofahrt Bücher hören. Du kannst dann einen Monat gratis ein Buch runterladen um dieses 9,95 Euro. Ich habe das hier in diesem Monat schon gemacht. Das heißt, ich habe null Guthaben. Bei dir steht dann in dem Fall ein Guthaben und du hast wirklich eine sehr, sehr große Auswahl an Bücher. Du kannst unter den verschiedenen Kategorien wählen. Thriller, Fantasy, Krimi. Ich bin eher hier in diesem Bereich zu finden. Das heißt, im Bereich der Sachbücher, Wirtschaftskarriere, Freizeit, Leben, Bildung, Wissen und 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 vieles mehr. Du findest nicht alle Bücher hier, aber du findest viele Bücher hier. Du hast genauso wie bei Amazon dann hier natürlich auch die Rezensionen dazu. Was sagen andere? Du kannst die Bestsellerlisten anschauen. Du kannst durchklicken. Du kannst Bücher suchen. Du hast hier Unterkategorien sogar. Also alles, was auch beim normalen Buch, bei normalen Amazon funktioniert, hast du auch hier drinnen. Ich kann es nur empfehlen, wie gesagt, viele sagen, ich habe nicht immer Zeit dazu. Wenn du im Auto sitzt oder wenn du in der Straßenbahn sitzt und zur Arbeit fährst, dann hast du Zeit. Da hast du in der Regel nichts anderes zu tun. Und bevor du eine Gratis- oder Billigzeitung liest, in der ohnehin nur viel Schumpf steht, dann steck dir doch deine Kopfhörer ins Ohr und hör ganz einfach ein Hörbuch deiner Wahl. Das sind meine Empfehlungen. Wie gesagt, wenn du bei iTunes eine Rezension hinterlässt für meinen Podcast, dann verlose ich meine beiden Bücher oder eines der beiden Bücher, welches du willst. Und ja, in diesem Sinne, das war es von diesem Video-Update. Ich hoffe, damit sind die Fragen zu Podcast und die Fragen auch zu Audible beantwortet. Wenn du Fragen haben solltest, dann einfach auf meinen Blog gehen, die Kontaktfunktion anwählen und mir eine hinterlassen, entweder schriftlich oder via Sprachmitteilung. Ich freue mich auf alle Fälle drauf und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag.